Ja, die waren sehr wichtig. Vertraglich gab es ja nicht unbedingt diese Notwendigkeit. Wir hatten ja beide auch schon langfristige Verträge und trotzdem ist es natürlich bei solchen zwei absoluten Top-Spielern ein Zeichen nach hinten, auch für die anderen Spieler, dass wir ambitioniert sind, dass hier was entsteht. Dass es nicht heißt, wenn einer, so wie Patrick, eine super Saison hat, dass er direkt weg ist, sondern er auch sieht, was hier passiert, was vielleicht auch in den nächsten Jahren noch möglich ist. Und das war vor allem nach innen, aber auch natürlich zu unseren Fans, glaube ich, ein wichtiges Signal. Ja, das Wichtigste bleibt ja trotzdem sportlichen Erfolg und darauf sind wir ausgerichtet. Da arbeiten wir hart für, dass wir versuchen, den besten Kader, der möglich ist, zusammenzubekommen und dann am Ende Ergebnisse zu erzielen. Und ich glaube, das ist immer die Basis. Rudi hat eine fantastische Karriere gemacht als Spieler in den unterschiedlichen Positionen, sondern auch danach. Und ich bin auch ambitioniert und werde versuchen, meine Fußschaffung zu hinterlassen.